Jo Leute, was geht? Ein neues Video. Äh, ja, ich weiß, dass lange kein Video mehr kam. Ähm, und falls euch was auffällt, äh, ich hab keine G36 in meinem Winter. Und mein Freund Finn hat halt einen Kriminellen gefunden. Ganz genau. Ja, der stand halt bei der Polizei hinten auf dem Hof. Ähm, ja, und wir sind SEKler und, ähm, ja, wir starten halt jetzt diese Runde. Und gucken, was so, äh, läuft, ob wir viele Kriminellen oder nicht viele Kriminellen bekommen. Wir sind aber mit, äh, dem, ähm, BMW M5. Ja, BMW M5. Da. Und halt, ähm, damit wir auch schnell gegen jede Verfolgungssektin daherkommen und so. Besser, also Porsche ist halt, also Porsche ist halt nicht gut, äh, finde, ne? Du weißt ja, Porsche ist nicht gut, weil zwei Plätze hat und wir sind zwei Personen. Wir brauchen mindestens ein Viersitzer. Ja, und darum, ähm, aber ich hab jetzt keinen Bock noch mal so viel Zeit zu fahren und den R als Spiel zu holen. Ja. Also, in blau finde ich das immer nice. Das Quad hat sogar ein Update bekommen, wusstest du das? Ja. Weil das Quad, ähm, hat jetzt nicht mehr, wenn du die Sirene anmachst, ähm, hier auf einmal diese, äh, diese Stange, die mit dieser Sirene hochfährt. Achso, das ist nur bei der Feuerwehr? Nee, das war bei der Polizei vorher auch so. Ja, wenn du sehr herrschwass. Ah. Ja, Hä, nee, aber das hatte ich bei Zivi und so noch. Na. Aber, halt, ich spiele halt nicht auf meinen Hauptaccount. Da wurde, den kann, da kann ich leider nicht mit, äh, kann ich vielleicht erst in paar Monaten, Jahren wieder drauf. Ich weiß nicht. Das ist Zivi. Und ich denke, die Themen. was macht der jetzt? Der hat das selber heute wie ich so. Der da. Hm. Juwo. Hä? Hängt der noch Geld zum Einsamung? Ja. Ich hab hierhin gefarmt, um die beiden Sachen ranzuholen. Die beiden. Tausend? Tausend, 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 wie noch vielleicht einen Schuss, einen Schuss wegzubekommen. Oh. Das wird so entspannt. Bei den sieht man, oder uns bei den wirklich mal richtig im Einsatz. Ich muss gut die Helligkeit für YouTube einstellen, äh, für YouTube einstellen, damit... Ja, ich muss ja auch irgendwas einstellen. Obwohl ich mal kurz rechts fand. Ich mach kurz dunkel. Ich schon... Eigentlich nicht. So, weil... Weil ich auch letzte... Warte mal, halt mal kurz ein, wenn du fertig bist, bis zu dritten Dicken, weil ich muss jetzt mal um, um, um. zu dritten Dicken. Ja, ich muss gerade... Die Helligkeit... Die Helligkeit... So muss du passen jetzt. Aber es ist... Ein Spiel ist heller. Ah, ich hab dir nicht. So, jetzt müsste das klappen. Erstmal kurz mal eine Handwolke. Alter, muss ich meine Grafik erhöhen. Ich muss auch meine Grafik bestimmt erhöhen. Ich hab... Ich steh hier und ich hab nicht mal den Tunnel gesehen. Äh, ich seh den Tunnel immer. Ja, ich weiß, aber ich hab grad meine Grafik so runtergemacht, dass ich sie gar nicht... Ich hab die Grafik immer auf eins. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Hä? Aber ich kann die nicht... Auf automatisch klappt immer. Ich hab immer auf automatisch. Damit kann ich immer gefütten Kilometer weit gucken. Äh, jetzt hab ich sich auch eingestellt, dass ich Kilometer weit gucken kann. Hm. Und du Kopfhörer? Sei leise. Hm? Äh, mein Papa ist nur Kopfhörer und der... Und die connecten sich die ganze Zeit immer wieder eng. Oh. 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 Steffi, man will es auf einem Video hören. Ja. Weil ich nicht verfolge genau äh, beim Laufspieler... Ja. Für mich ist das Video auch nicht so hoch. Für mich ist das Für mich ist das auch nicht so hoch. Ja, das ist so toll. Ja, das ist so toll. da man hat sich gerade einfach nach unten geschoben schon wieder hat ungefähr so Park und müsste passen ja das bisschen dunkel kann soviel schön stehen und der ist dann so trocken die Bisschen muss ich spüren ich muss jetzt ich will jetzt test es ich müsste ja irgendwann sein wo ist der Krimi ist der Krimi ist der Krimi der Dom dreht mich hier um die Ecke ja 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 er fährt wieder zurück wir tun so als wenn wir umdrehen und wenn gleich die Garst und Goros Kopf ist dann wissen wir wer es war wir tun wir tun wir tun wir tun wir tun wo ist der Krimi Weißt du noch, wie du mir einmal gesagt hast, wie du eigentlich heißen willst? Ja, Leon. LN? Nö. Loll. Warum mag ich jetzt diesen BMW? Warum? Der ist weg. Ist der ein Diener? Nee. Guck mal, steht da einer. Wusstest du, dass in Josef Hamburg die G36, G36 heißt, aber in Wirklichkeit G36C heißt? Ja. Ja? Die haben sie nur G36 genannt, damit man nicht denkt, dass es wie andere Roblox Games ist. Ja, Paula, äh, ruf mal, wenn ich jetzt sage, ruf mal die Feuerwehr. Wieso? Jetzt? Okay, 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 ich war noch beim Geldsenden. Man, ich will nicht mit Leuten schreiben. Senden. Notofode gesendet. ich wundern warum ich so viel Geld habe so viel Geld hatte ich nie auf meinem Hauptaccount wie viel Geld ich gerade habe Finn weißt du was bei mir war vorher bei meinen Videos hat man nicht gesehen meine also einmal meine Anzeige für XP und so meine Karte und die andere Seite man hat nur in der Mitte gesehen und jetzt sieht man alles hier höre ich gerade wieder ein bisschen runter kommt Feuerwehr hier ist ein Dealer und das Feuer macht doch schon viel Damage einmal kurz reinrennen gefilte Hälfte OP weg ich habe Minus CP Null solltest du mal was sagen was hm hm solltest du mal sagen wann ich über mein richtiges Handy ich jetzt online war auf WhatsApp ja um 18 Uhr noch was hm 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 m hm d Meine Kamera ist gerade verrutscht in dem Moment, wo ich gerade gucken wollte. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen mitpacken. Habe ich irgendwas noch dazwischen zu packen? So jetzt geht das Video kurz weiter. Habe ich mich mal an. Wie anschreiben? Jo. Mit welcher Nummer? Wie wir gerade telefonieren. Hä? Man muss nur die Nummer merken. Wenn du einfach aufs Telefon gehst, Alter, bist du bescheuert? Ach stimmt. Ähm. Äh. Ist krank. Ich hab dich nicht mal. Erst weil der andere weg ist. Ist das krank. Wieso schreibst du mich nicht an? Wieso schreibst du mich nicht an? Ich hab dich mal an S&S geschrieben. S am Ars? Ist ja wirklich ein Gangster. Weil die S&S nicht mehr bekommen habe. Zettkopf zu machen. Und ich wir mal an S&S nicht mehr zu machen. Also wir setzen mal an S&S nicht mehr so. Ich bin mitbekommen. I can see a hole.